Genau. Sehr optimistisch. Das sind zu viele. Ah, wird schon. Diese haben die. Was hat das Ding eigentlich für eine Range, bitte? Guck mal, wo die Leiche liegt. Ja, ich seh jetzt. Was ist das für eine Range? Das ist abnormal. Es gibt so viele Siege-Reapons. Na gut, so viele große sind es aber auch nicht. Die sind ja nur 20 oder so. Ach du Scheiße, die kommen rein und die fokussieren mich natürlich die ganze Zeit. Das fühlt sich nervig. Du bist doch der Full Tank. Ich bin da mit der Skur. Ich habe Ult. Ist ja auch was in dem Fall. Ja, ich glaube alle haben. Ja, ich habe Ult. Ja, wer haltet die mal kurz? Weil die wollen gleich reinpushen. Die holen die Flagge erst, wie immer. Ja. Pass auf die Sieges auf. Nee, nee. Das ist scheiße. Ja. Meatback auf 9 CP ist halt richtig böse. Ja. Ja, ich bin da. Ja. Ja, ich bin da. Ja. 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 Wow. Wo sind die jetzt alle hin? Ich hab keine Ahnung, man. Ich weiß nicht, aber es ist eine Dreiergruppe von Blauen, die sind da weggelaufen. Und haben die alle gekillt hier drin. Ah ne, die kommen alle, die kommen alle. Ich hab kurz rausgeguckt. Die kommen jetzt alle bis da auf. Oh, was wird die Gatschen machen? Die pushen alle rein jetzt. Oben treffen. Wir müssen direkt Ulti da oben. Links 3, 2, 1 jetzt. Heilung, 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 Hallo. Und hinterm Tal, hinterm Tal, hinterm Tal. Oh, nein! Oh! Boah, ich hab's gesehen, alles gut. Rechte Seite schnell töten. Ein 4. Ich hab fast die Anna gemacht. Hentai hier. Hentai muss Hentai. Nice. Die letzten bestimmt oben. Oh Gott, da sind so viele C-Trap. Rechte Seite. D2. Links ist nicht gut. Links ist... No Bueno. No Bueno. No Bueno. No Bueno. Da kommen wieder einige. Ja. Ich hab... Ghost Rider. Linke Seite 3. 2. 2. 1. Jetzt. 2 Tanks. Egal. Lass wieder hoch. Lass wieder hoch. Lass wieder hoch. Boah, ich brauch unbedingt ein bisschen Healer. No Bueno. No Bueno. No Bueno. No Bueno. Ah, der ist freundlich. Der Master diken. Master diken. Ich weiß nicht, wieso mein System im Arsch ist. Ähm, ich hab der Ult. Jo. Ja, ist grad nicht so nötig. Ja, einfach behalten. Ach schon. Also, ein Master diken im Suck steht drauf. Ah, hier ist er. Master diken. Ja, ich mein bloß, wenn er halt mitten im Suck steht, dann kann ich halt auch nichts machen. Oh, Eingang. Habt ihr was? Ja. Ich hab was. Kommt Eingang, kommt Eingang. Ja. Wenn die stacken. Ah, die wollen ja nicht. Einfach kurz hier warten. Wartet. Eingang in 3, 2, 1 jetzt. Nice. Gut gejoinkt. Ich glaube... Oh! Ich flog nicht. Ja, wir können auspushen. Großer Fehler. Großer Fehler. Außer die Flagge in dem. Pass auf, die werden respawned. Ja, die werden respawned. Hast du auch was wieder rein. Wohndrung probiert. Wohndrung escape.